Heute mit Finn. Guten Tag. Heute erzählen wir uns wie zum Wurstfin. Wo bist du? Okay, fang an. Was? Wieso? Weiß ich nicht. Deine Ernst. Okay, jetzt nicht. Das ist so ein längerer Witz. Warte. Andreas kommt von der Schule heim. Na, wie war denn die Klassenarbeit? Die ersten drei Fragen konnte ich ohne Probleme beantworten. Danach wurde es immer schwieriger. Wie lautet denn die ersten drei Fragen? Vorname, Nachname, Klasse. Ich finde es voll geil. Okay, jetzt bist du wieder dran. Was? Okay, habe ich mich erst verstanden. Ich habe... Weiß ich nicht. Deine Ernst. Alle... Jetzt bin ich... Alle Kinder trinken Fanta außer Lola. Die trinkt Cola. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Desimuliert. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ähm... Chuck Noahs klebt Tische unter Kaugummis. Chuck Noahs klebt Tische unter Kaugummis. Das ist so eigentlich immer... Äh... Dings, ne? Andersrum. Weiß ich nicht. Ja, das ist echt so. I love you tube. Steh dir vor, du sagst zu deiner Freundin so... I love you tube. Steh dir vor. Okay, du wirst dran. Also... Was... Warte mal. Was hat Marge Simpson 72 Stunden nach der Geburt ihres Sohnes? Eine Drei-Tage-Bart. Eine Drei-Tage-Bart. Kennst du Simpsons? Da heißt doch der Sohn Bart. Nein, das sind drei Tage. Zwei Tage sind 48 Stunden. Doch. Ein Tag hat 24 Stunden. Ja, und zwei Tage haben dann 48. Ja, 72 Tage sind drei Tage. Und nicht... Okay, du bist da. Sohne, du bist da. Doch, man... ...disch. Ähm... Warte mal, lass mich mal warte. Lass mich mal. Warte kurz. Mein Penis heißt Black Beauty, ich wasch ihn jeden Tag. Sonst wird er noch ganz sottlich, sonst riecht er noch recht stark. Mein Penis heißt Black Beauty und ist der Mann mal krank, dann... Oder warte mal, ich such kurz noch was. Warte kurz. Ein Buch, kein Buch. Lieste? Ja, was denn? Ja, moin. Jetzt bin ich, ähm. Äh, so. London ist immer ein... Warte, ein Abstecherwert. Jack the Ripper Tour ist 1888. Ne, warte mal. Ich, ich, ich hab einen anderen. Warte. Amokläufer dieses Jahr 0. Gratuliere, Amerika. Keine Ahnung. Du bist am Arsch. Ja, das ist schon. So, du, warte mal nicht wieder hin. Mutter, wo ist dein Zeug... Warte. Ja, so Mutter sagt, wo ist dein Zeugnis? Sohn, meine Freunde haben es in der Schule geklaut. Mutter, glaubst du wirklich, dass ich dir diese Lüge glaube? Sohn, welche Lüge? Mutter, dass du Freunde hast. Der ist hart. Schlappen hier noch wo. Loll. Jetzt bin ich ja... Ja, geht eigentlich. Okay, wenn man drüber nachdenkt, ist das schon lustig. Jetzt erzähl ich mal einen. Und zwar, zwei Rentnerpaare sind mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs. Und fahren nicht mehr als 81 kmh. Ein Polizist hält das Auto an. Der Opa fragt, waren wir zu schnell? Darauf der Polizist... Nein, im Gegenteil. Warum fahren Sie so langsam? Opa, darf man denn schneller fahren? Polizist, ich denke 100 kmh. Können Sie sich ruhig zutrauen? Opa, aber auf dem Schild steht doch A81. Polizist, ja und? Opa, na das muss ich doch ein... Äh, warte mal. Opa, na da... Muss ich doch 81 kmh fahren? Polizist, das ist doch nur die Nummer der Autobahn. Opa, ach so. Danke für den Hinweis. Der Polizist... Das... Äh, Hinweis. Der Polizist schaut auf die Rückbank des Autos und sieht zwei steif sitzende Omis mit aufgrinsenden Augen und unendlich großen Pupillen, fragt der Polizist, was ist denn mit den beiden dahinten los? Da sagt der andere Opa, doch, äh, doch, doch, wirklich nur gerade von der B252. Den checke ich irgendwie nicht, dafür bin ich zu doof. Ne, ich auch nicht. Ich... Ich kann Witze nicht gut vorlesen. Der war voll lang. Was? Ich auch nicht. Alle Kinder bleiben vor dem... Abgrund stehen, nur nicht Marcel, der war zu schnell. Das war schon... Außer Marcel, der war zu schnell. Oh Junge, Marcel, was kommt der los? Was kommt der... Was... Wo bist du? Ey, komm mal kurz zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal kurz in die Mitte. Ich will kurz was machen. Hier einfach auf diese komische Pyramide, was auch immer. Läuwe, jetzt fliegen die uns hoch. Läuwe, jetzt fliegen die uns hoch. Hey, ich hab das nicht geworfen. Das ist nicht meine Map. Ist nicht meine Map. Ist nicht meine Map. Hey, ja, ich hab Mats. Ich kann abbauen. Komm mal zu mir. Hier, hallo. Ich bin hier. Ich tanze hier sogar. Komm mal her. Geil. Soll ich dir mal einen Witz vorlesen? Warte. Na, mein Spaß. Äh, ich erzähl dir jetzt einen Witz, okay? Da wirst du dich umhauen. Mein Name ist Jeff. Der Witz war so lustig, du wirst umgefallen. Ja, okay. Okay, ich hab... Okay. Ey, ey, warte mal. Jetzt hier. Jetzt lese ich mal einen Prank vor, okay? Ein guter Prank im Bus. Durch... Drück auf Stopp, auf den Stopp-Knopf. Warte, bis der Bus steht. Und gucke dann so unschuldig wie möglich. Funktioniert auch nur, wenn niemand aussteigt. Wiederhole das so lange, bis der Busfahrer ausrastet oder so. Tipp am Rande am besten nicht machen, wenn man alleine im Bus ist. Oh mein Gott! Lustige Pornotitel. Soll ich mal vorlesen diesen? Hm? Wie heißt Jungfrau auf Japanisch? Musch. Muschizu. Er ist geil. Okay. Wie denn? Nutella. Wie scheiße jetzt? Nutella. Jetzt hab ich Bock auf Nutella wegen dir. Weiß nicht. Juhu. Warte mal kurz. Was? Mhm. Hm. 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 Was? Lol. Okay. Ich sag jetzt ein Fakt. Fakt ist, wenn man zu viel Geld ist. Wie viel nachdenkt, kommt meistens nur Dummes dabei raus. Zumindest ist es bei mir so. Steht hier bei mir. In der App. Nein. Welchen du auch immer erzählt hast gerade? Was? Weiß ich nicht. Hä? Erzähl nochmal kurz. Ja. Ja. Achso, ja stimmt. Ich hätt... Warte mal. Warte kurz. Nein. Ich geh... Äh... So. Ich lad mir kurz was runter. Und erzähl du noch ein paar Witze. Oder warte mal. Ich erzähl mal den Witz, den du mir vorhin erzählt hast. Ähm. Mit dem Bauernhof. Ja. 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 ich jetzt bin ich mal dran und zwar rein stecke fuchs und meister schlampe check ich nicht ah, sperminator 2, tag der absprich, abspritzung warte mal der nächste operation delta fake gönn dir mal das hier operation ja ja nein deswegen ja ey, gönn dir mal das hier operation delta fake verstanden? warte, irgendwie schon lustig ähm, das nächste warte vier fäusten, julia what? lol kol, äh, kol du bist dran, komm was? ja, ich wollte erst mal kurz was, mal kurz schindlast fest nee ich hab das grad durchgelesen gönn dir zunge weg, ich furze zunge weg, ich furze okay, warte mal ja, kann ich machen zunge weg, ich furze da leckt jemand bei dem typ am arsch es ist nicht, ich bin jetzt voll lustig mag ey, soll ich mal, ich will hier kurz gönn dir mal das hier das ist so geil das warte ich muss kurz was ich muss kurz was schinken ok, jetzt geht's wieder ich sitze ok scheiße das das todes das todes sperma vom dr mal bumsen. Was? Och, komm! Nerv mich nicht. Mich hat jemand angerufen, ja? Kennst du Rays Shark? Hey, da fragt grad jemand. Das ist Rays Shark im Chat. Äh, wo ist Finn? Finn, komm mal, ja. Ja. Ja, eben. Schreib mir doch einfach über WhatsApp. Warte. Hey, warum? Ja. Das bist du, oder? Ja. Äh, da musst du, du musst, hä, da brauch ich deine Nummer. Ich hab dir meine Nummer geschickt. Da musst du einfach... Okay, versuch's noch mal. Loll. Ey, warte mal, ich lese noch mal was vor. Warte, warte, wo ist denn jetzt diese Kacke? Wo ist die Kacke? Hallo? Da. Warte. Hä, äh, äh, ähm. Warte. Oma fickt mich ins O... Koma. Also Oma sagt, fickt mich ins Koma. Okay, warte mal. Heiße, Länder, Dauerständer. Verstehst du's? Der ist geil. Finn, komm mal kurz her. Koma hier oben auf diese Riesenbrücke. Oder was das ist. Okay, Black Screen ist da bei mir gewesen. Als Nächste. Harry Popper und der Feuerfick. Der ist geil. Finn, komm mal her. Hä, äh, 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 ja, moin. Schreib, du einfach, ey. Du hast ein Loch in die Decke gekriegt? Oh, nö. Verkackt. Wieso ist ein Loch in der Decke? Heiße Länder, Dauerständer. Der war geil, ne? Wait a minute. Hey, ist der Falle, what the frick? Ähm. Hä? Ich bin in den Labyrinth. Oder so auch immer. Hammer auf, mir zu schreiben, bitte. Das nervt irgendwie. Etwas. Ich hab ein Profilbild. Per Anhalter durch den Analfick. Ach, du hast einen Hund als Profilbild. Ich hab aber eins. Guck dir das mal an. Fortnite-Witz. Glaub ich so. Warte, hab ich das noch? Hab ich das noch in meine... Und das ist einfach so ein Patrick-Kön. Okay, warte mal. Ich hab noch was, ähm... Noch Witze? Ähm. Oma Rose 98. Fickgeil und nicht tot zu... zu kriegen. Alle Kinder trinken Fanta außer Lola, die trinkt Cola. Ne. Mhm. Ähm. Warum essen Dummhauser keine Breze? Bre... Bre... Brezen? Hä? Lol. Ähm. Alle Kinder... ...bleiben vor den... Oh, Mann! Warte mal. Wie heißt Jungfrau auf Japanisch? Muschi... Muschi zu. Lol. Nein, ich hab nur noch... What the fuck? Wait a minute. Musch kurz, ähm... Ey, kennst du den... Ey, ich hab eine Frage an dich. Kennst du diesen Witzchen? Ich jetzt erzähle. Also. Ähm, warte. Hase geht in den Bäcker und fragt, hast du Möhrchen? Sagt der Bäcker, nein. Was warst du? Hast du Musik, Kelly? Nein, ich hab's noch nicht bekommen. Ah, doch jetzt. Hast du wirklich? Wenn ich höre, dass es irgendwo gratis Essen gibt. Das ist geil. Lol. Hä, lol? What the frick? Bis jetzt hab ich noch nichts bekommen. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht, ne? Nö, doch nicht. Hey, lol. Doch. Warte, ich war ja. Ganz. Was? 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 Ja. Karin, als ein Pferde kommt da im Weg. Was? 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 Ich liebe meine Beine, meine Mama. Sie sagt, du liebe mich? Ich sage, ich liebe meine Beine. Ich liebe meine Beine, meine Mama. Ich liebe meine Beine. Mhm. Ich habe sie jetzt bis zum Ende angeguckt. Toll. Mein Akku... Äh, nein. Geht leider nicht. Meine... Meine Kamera ist kaputt. Nichts, was hab ich sonst? Ich bin der endlichste Mensch auf Erden. Was ist noch mal ein Loch? Ich hab... Ich... Was ist noch mal ein Loch? Ich... Ich bin dumm. Ich weiß... Äh, nein! Nein! Ein Essen? Nichts. Nichts. Nein, aber... Ähm, ja. Ich... Ich hätte nicht gesagt, dass du hässlich bist, aber ich hab mich dir anders... Ich hab... Ich hab mit dich... Hab ich gar nicht! Nein. Nein! Nein! Nur, du kommst mir irgendwie bekannt vor, wie... Ein, ähm... Einer, aus dem ich aus der Grundschule kenne, aber... Ja. Soll ich mal jetzt von mir schicken? Ich sehe noch schlimmer aus, würde ich sagen. Was für Fett... Warte, ich schick... Ich schick dir Bild. Warte, guck. Ich hab nicht mein Doppelkin. Also bin ich nicht fett. Ihr habt ihr Bild von mir geschickt. Nein, hab ich nicht. Ich hab euch auch ein Bild von mir geschickt. Ich wette, nimmst du dich ernst, aber genau so seh ich aus. Was denn? Ich bin ein Lebkuchen. Ich mein... Ich hab dich... Ich hab dich... Ich hab dich... Ich hab dich durchfallen. Ich hab dich durchfallen mit Klumpen. Ich... Ich weiß... Okay, ich schick dir ein Bild, warte. Ich habe Selfie von mir gemacht. Was denn? Das bin ich, ich bin... Mit den, ähm, mit den vier oder sechs Beinen, die ich habe. Mit den Armen lehnen. Ich bin, ich weiß, ich bin im Stuhl. Warum? Warte, warte, warte mal. Ich müsste irgendwo noch ein Bild von mir haben. Nee, ich muss mir kurz ein Video schicken. Das habe ich mir von meinem Fernseher abgefilmt. Nein, nein, ich will wirklich es schicken. Habe ich gerade gefunden. Ein ganz bisschen riesiger Fettschwammel, oder was? Das ist voll geil. Hä, warum? Warum? Doch. Eine drei. Eine survive. Eine eins. Ich, 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 ich schaffe extra, extra dumm. Ich habe da extra so geguckt. Ich bin richtig geistig so gestört. Herr Recker. Ernsthaft? Von welcher Marke ist Deins? Du meinst du von Turtle Beach? Schirmut. Ja, ich dich auch. Ja, ähm. Ich habe extra geistig so gestört geguckt, Alter. Ich habe extra geistig so gestört geguckt, Alter. Wieso ist hier irgendwas? Überall ist was kaputt. Meine Stimme hört sich im Headtail anders an als im Green Life. Ich fink euch mal neun, Alter. Was? Neunjähriger Fortnite-Spieler. Ich habe, ich kenne jemanden, der sieben und spielt Fortnite. Das ist fünfmal schlecht als ich. Halt, ich fasse. Ich habe dich getroffen. So habe ich mich angehört, wo ich fünf war. Hallo. Ich bin der coole Junge. Ich möchte meinen Namen verändern. Ey. Hallo. Ich bin der coole Kfz-Mechaniker. Ich möchte meinen Namen verändern in obercooler Kfz-Mechaniker. Und dann repariere ich dir dein DSL-Modem. Komm! 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 Ich kann dir mal... Hast du von Louis die Nummer? von luis ferber von ballkorb von ballkorb hast du die nummer scheiße weißt du wie er in real life aussieht der hat überall sommer sprossen hey bei mir ist es nein der ist in der mühleburg auf der schule kirche wieso schmeckt der tod so ja schönen guten dach ja immer noch ein kreativ ja könnt ihr mal verlassen gleich ich musste mal kurz ein witz vorlesen ok also lustige porno titel ok ich muss ja sagen scheiße ja ich wusste was sagen und zwar heiße länder dauerständer verstanden es 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 ich Das war's für heute. das letzte und ich muss dir was sagen, ok? Warte kurz Junge Warte mal, warte mal Louis, warte mal Ja, du aber auch nicht, also halt die Fresse Wir sind aus wie ein kleiner Mops Tut's so leid, Oma Du sahst aus wie eine halb nackte Oma Was war denn jetzt schon wieder? Ich muss dir kurz was sagen, ok? Louis, und zwar Harry Potter und der Feuerfick Magst du dir mal den witzigsten Witz ever erzählen? Warte kurz Per Anhalter durch den analen Fick Oder warte mal, ich hab noch was Ficky und die starken Männer Wo hast du das eingegeben? Nur so, ich hab eine App gedownloadet Lustige Pornotitel Ne, soll ich euch mal den besten Witz ever erzählen? Warte, 1, 2, 1, was möchte ich noch? Ich hab's grad bekommen 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 Sie ist aus wie eingeschissen Was fällt dir anders wohl? Was fällt dir anders wohl? Warte kurz Darf ich mal kurz was sagen? Tja man mag was Ich hab's grad machen hinzufügen Nein Ich würde ihn hinzufügen Ich muss kurz was sagen, ok? Darf ich mal kurz was sagen? Porn-Ross-Parodie 5 Die Röcke der Analritter Jetzt sind wir die Videoanrufe an Nein Doch Ich möchte was sagen Angefahren, abgeschleppt Abgebockt Und abgespritzt Bienenstich Im Les Les Keine Ahnung Boschwand Jetzt hör mal den Videoanrufe an Ich will mal sehen wie du so lacht, Alter Nein Ich möchte was eigentlich sagen Boschwand Nee, jetzt nimm erst den Videoanrufe an Vorher lach ich nicht mehr Junge Da ist mit Partios, du Vollidiot Ist halt so Warte mal, ich muss das so sagen Und zwar Der Maler und sein großer Pinsel Achse Achse Fick Und Ober Ober Wichs Achse Achse Weg Fick Ober Wichs Ober Wichs Marke, zeig dich mal Hey, was soll Hajo 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 Maschine Hajo 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 Nein Nein Hajo Lager Scheissbesage Guck mal den Fäden an Was den da an tipo 土 Hajo Hajo Die Tür ist verstoppig. Nein, wir telefonieren gerade. Willst du auch mal ein Video hören?